Okay, dann mach das mal. Sprich mit den Leuten. Machen wir auch gleich. Ich will gucken, kriege ich die hier irgendwie auf? Die fiel mir gerade schon die ganze Zeit auf, aber scheinbar nicht. Was haben wir denn da? Eine Anschlagtafel. Die Wassergeister wollen mit ihr verstecken spielen. Ach, Wassergeister haben eine andere Form angenommen und sich überall versteckt. Ein kleines Minicame. Achso, warte mal, eine andere Form. Ah, hier. Guck mal da. Okay, Nummer 1. Oh, da war noch was. Guck mal da was. Ach, da oben. Ein Bauchgeloch. Ah, hier. Sehr schön. Das schon will fast für ihr stehen. Haha. Wo ist das? Der Name ist auf dem Land. Vielleicht hat er viele Fische? Oh! Der Name der Fische, der Fische hat auch, die Fische hat auch in der Fische. Vielleicht hat er sich die Fische, denn der Fische ist ein Mensch von Fisch? Oh, ich werde zu den Mälen-Mälen. Aber ich bin nur ein Mensch. Ja, dein Glück, dass du kein Fisch bist, ne? Sonst wärst du jetzt wahrscheinlich von dir schon weggebombt worden. So, wir brauchen noch zwei. Da oben ist auch noch irgendwo ein Pop-Punkt. Da. Zack. Oh, die Musik, ey. Korrei, wie du dich noch etwas ständig fühlt? Ich bin der Guide von uns. Eh? Ja. Ich bin nur, als ob ein neues Wettbewerb. Ich habe mich über die Die Nari-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh-Sizeh. Ja, okay. Dann... Das ist Pasta. Na ja, die Musik, die gefällt mir auch schon sehr. Ich hoffe, davon hören wir dann auch noch mehr in Fontaine. Mir gefällt der Stil. Ach, warte mal, da hinten gerade eben eine Beere, ne? Und deswegen ist hier so ein Blob rausgekommen. Ich lasse mich schon wieder zu leicht abmelenken, wie ich merke es. So, den Umweg wollte ich jetzt eigentlich gar nicht gehen. Ich wollte mit Yula sprechen. Na komm, nehmen wir die auch noch mit. So, jetzt aber zum Yula. Hier fliegt noch irgendwo was. Irgendwie diese Gutscheinkarten. Irgendwo wird hier noch eine angezeigt. Ist die hier drin, ne? Wo ist die denn? Wo ist die denn? Da, da ist sie. Was ist, was macht die Kiste hier? Ach. Ah, Kabe. Hmph 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 Wenn es alles gut ist, dann könnte ich ihn sofort sehen, aber... Ja, aber es ist okay, dass ich keine Angst habe. Es ist nicht gefährlich. Hm. Gibt es nicht? Aber es gibt doch falsche Monster. Eidea, wir haben uns schon gesprochen. Ja, dann können wir die Mascotte, Eidea, erklären Sie das hier. Es geht vollkommen im Scenario auf. Hmph Ja. Ich weiß, dass ich ihn mit dem anderen anderen Anzeigen verrate, aber ich weiß, dass ich ihn nicht alle suchen. Ja, das ist so, dass ich diesen Anleger und die Mascot-Auskot-Auskot-Auskot-Auskot-Auskot-Auskot-Auskot-Auskot-Auskot-Auskot-Auskot-Auskot-Auskot! Ich weiß, dass ich nicht ohne Worte schlafen. Ich werde es nicht mehr so gut, wenn es nicht mehr so gut ist. Ich weiß, dass ich ehrlich bin. Du hast du den Eurua-San und du hast du den Eurua-San? Ich weiß, aber ich werde es auch nicht suchen. Ich werde es unterstützen, aber ich werde es unterstützen. Ich werde es mit dem Eurua-San-Ber-San noch mal mit dem Eurua-San gehen. Das war's für mich, aber ich werde dir das, was ich. Ich werde dir das, was ich. Oh, das war gut. Ich werde dir das, was ich nicht. Gaiya und Kray-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis. Wird gemacht. Mein Schwert steht dir zu Diensten. Haha. Was ist das? Oh. Der Weg hier ist ja schon, ja, herausfordernd, sagen wir es mal so. Okay. Okay. Da bauen wir Hydro. Da bauen wir gar nichts. Das ist jetzt was bewirkt. Scheinbar nicht. Habe ich hier noch einen dritten übersehen, oder? Hm. Naja, die Scheine. Ach, da hinten. Oh. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Oh, nein. Oh, nein. Ich bin schon mal ein Träger. Ich bin schon mal in der Zeit. Ah, das ist gut, okay. Ach, hat er noch ein Gift gespornet. Ich dachte jetzt passiert irgendwas. Ja, morren die Herren. Wir sitzen einfach hier und wiesen die schöne Aussicht oder ich komme ran und baller sowas mal zu. Ja, so ist das ein Gänchen. Ah, da geht's lang. Äh, sind wir hoch? Ne, wir müssen runter. Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Ach, da kommen wir auch hoch. Auch wenn wir runter müssen, ich will jetzt erstmal hochgucken. Wenn ich jetzt schon mal hier oben... Oh. Wenn ich jetzt schon mal hier oben bin. Dann sollte man's auch nutzen, ne? Hä? Mit dem man gleich runterfällt, ja. Hallo? Äh, äh. Warum fliegt man denn hier hoch? Ich glaube hier ist irgendwas noch, irgendwas noch drin, was nicht so sein sollte. Oder man sollte hier oben gar nicht sein. Ah ja. Ich glaube, äh. Man sollte da gar nicht sein. Egal. Doch, eigentlich schon. Da war ja eine Kiste, ne? Merkwürdig. Ja. Ja. Ach, wir haben eine Kino-Bahn. Noch? Ja, das ist schon so schwer. Ja, das war ja. Ich habe das Leben, aber... Ich habe das gemacht. Das ist das Stück auf. Ich habe den Shoppen, doch? Jiria, siehst du es nicht verloren. Du bist ja. Ihre Händler-Bahn-Bahn, Sie bekommen diese Möglichkeit, aber Sie können dasgendwun. Sie können wirklich nicht weiterlesen. Mir ist gerade klar geworden, dass man jemanden mit Redegewandtheit leicht trösten und ihnen sogar Selbstvertrauen geben kann. Wunderbar. Also nur noch die Beleuchtung. Aber ich weiß nicht, dass es nur die Beleuchtung ist. Das heißt, dass die Beleuchtung der Beleuchtung der Beleuchtung ist. Mit einem Tanz, okay. Was für ein Tanz denn bitte? Na dann, gucken wir mal. Also du musst auf jeden Fall schon mal... Nein, da wollte ich da noch gar nicht drauf. Ich wollte die Kiste wegziehen. So, du musst da hin. Und du? Kann ich dich überhaupt bewegen? Ja. Ja. Ja, aber den passt schon, ne? Ja, schon getan. Sieht so aus, oder? Ach, das ist ein kleiner. Ich glaube, das große, große, große Schwerden, aber... Ich denke, das ist ein bisschen zu erklären, aber... Das ist sicherlich ein Teil der ausgeschlossenes Stück. Es gibt noch drei. Ich weiß auch, dass die Sendung von einem Weg aus einem Weg aus. Wenn es eine gute Ausstellung gibt, dann wird es gut gehen. W-Wer, wirklich? Ich weiß nicht, wenn man zu früh sagt, dass alles rund läuft, ist es meistens so eine Art, dass es dann doch nicht so rund läuft. Ich kenne jetzt eigentlich davon aus, dass wir den anderen vielleicht helfen sollen. Bei der Suche, oh, warte mal, da ist noch irgendwo so ein, so ein Dingsbums. Irgendwo sind hier noch Gutscheine, die oben liegen. Da. Plopp. Die nehmen wir doch mit. Na guck mal, wir haben auch erst einen ganz kleinen Teil von der Karte aufgedeckt. Na gut, ganz klein nicht, aber schon noch klein. Da ist noch einiges zu entdecken.